Das sind's dir und Maggie. Das sind's dir und Maggie. Durch, durch, durch. Yeah! Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe wieder gewonnen. Ja, hey. Oh, hallo liebe Kinder. Hey. Mögt ihr Brettspiele auch so wie ich? Hey, du hast gewonnen, weil du größer bist. Oh, Maggie. Ich kann dich besiegen, egal wie groß ich bin. Das müssen wir herausfinden. Abracadabra. Wow, Maggie. Ich wusste nicht, dass du so klein meinst. Wow, hey. Na los. Yeah, na los. Das machen wir. Genau. Wo ist der Würfel? Hier ist die Fang. Oh, Maggie. Du frecher, frecher Vogel. Hoho. Okay. Los geht's. Ich werfe den Würfel. Oh. Haha, sechs. Yeah. Was für ein guter Start. Und weiter geht's. Eins. Oh, eins. Fünf, sechs. Hey, schaut. Da kommt der Zug. Hahaha. Okay. Ich nehme den Zug, um in dem Spiel weiterzukommen. Oh, hahaha. Oh nein. Schon wieder eine Eins. Zeit für ein bisschen Maggie-Zauberei. Abracadabra. Haha. Hihi. Jetzt auf den Zug. Genau. Eins, zwei, drei. Hey, dieses Spiel ist leicht. Oh, schaut. Ich muss nur eine zwei würfeln, um einen weiteren Zug zu bekommen, der mich auf dem Spielfeld weiterbringt. Her mit dem Würfel. Hey, yeah. Ist das eine zwei? Abracadabra. Ist das eine zwei? Das ist eine sechs. Und sie schickt uns in diese verrückte Höhle. Also gut, gehen wir. Eins, zwei. Pass auf dir. Ich gewinne. Hey. Das bedeutet, dass Maggie gewinnt. Also gut, schnell durch diese Höhle. Yeah. Sechs. Okay. Was ist nun in dieser Höhle? Hey. Schaut mal. Ein Drache. Ein Drache. Ein Drache. Ein Drache. Mit drei Köpfen. Oh, hahaha. Aber er schläft. Pssst. Okay. Gehen wir durch diese Höhle. Schnell. Aber pssst. Leise. Na los. Los geht's. Okay. Oh. Oh. Eins. Zwei. Ja. Mit drei! Ja! Wir haben es geschafft! Kommt! Na los! Was ist das? Drachen! Super! Wir haben es geschafft! Hoho! Zumindest sicher! Du bist dran! Hey Maggie! Du frecher, frecher Vogel! Los! Wir holen Maggie ein! Vier! Haha! Schau mal Maggie! Ich bin hinter dir! Nicht mehr lange, Steve! Schau mal! Ich hatte wirklich Glück und wirfelte eine Zwei! Also, ich bin auf dem Zug und weg! Haha! Wow! So ein Glückspilz! Na gut, mal sehen, ob ich eine Drei würfeln kann, um denselben Zug zu erwischen. Okay, ich hoffe echt, dass es eine Drei wird. Oh, ich kann nicht hinsehen! Ich kann nicht hinsehen! Habe ich jetzt eine Drei gewürfelt? Ja! Hey! Könnt ihr nicht zählen? Das ist keine Drei! Das ist eine Fünf! Und eine Fünf schickt uns in dieses gruselige Spukschluss! Also gut! Na los, gehen wir! Eins! Fünf! Was ist hier drin, Kinder? Was ist hier? Ich kann nichts sehen! Es ist so dunkel! Oh, was ist hier drin? Oh, hey, warte! Ich mache einfach das Licht an! Haha! Ah! Ein Zauberer! Oh! Ah! Was läuft hier? Oh ja! Der Zauberer! Ha! Daneben! Oh! Hey! Wo bin ich? Ah! Das ist doch total verrückt! Aber wir, puh! Daneben! Müssen auf die andere Seite gehen! Oh! Na los! Los geht's! Ribbit! 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 Hey! Am Zauberer sind wir vorbei! Haha! Uh! Bäh! Pah! Was mache ich da? Bäh! 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 Ach egal! Wir müssen ins Spiel zurück! Und Maggie aufholen! Fünf! Toll! Oh! Hey! Pass auf, Maggie! Entschuldige! Aber schau mal! Ich habe eine Eins! Also bin ich mal wieder auf dem Zug! Haha! Yeah! Ich kann nicht glauben, wie viel Glück diese Maggie hat! Schon wieder? Na ja! Ich bin dran! Genau! Ich brauche eine Vier! Wünscht mir Glück! Hohoho! Hey! Hey! Wartet mal! Das ist keine Vier, sondern eine Sechs! Ich bin mir sicher, dass das eine Vier war! Hoho! Na ja! Die Sechs führt uns in diese gefährliche Feldlandschaft! Haha! Also los! Los geht's! Sechs! Ho! Hey! Was ist da drin? Könnt ihr etwas sehen? Ho! Oh! Hey! Lasst uns mal schauen! Oder warum laufen wir mal? Oh! 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 Ah! Hey! Schaut mal! Das ist ein Riese! Hallo! Mit Felsbrocken! Ah! aah! aah! dressing mit Klamour und Tacklin mit Velsbrocken! Ah! Ah! Aah! Eine Riese! Puh! Na los! Wir müssen vorbei! An diesem Riesen! Okay, ich muss eine 3 würfeln, um den Zug an diesem gruseligen Wald zu erwischen. Los Hey, Steve! Wo ist der Zug? Du hast nicht die 3 gewürfelt, es war eine 6! Nein, Maggie, ich hatte eine 6? Hey, ich bin mir ganz sicher, dass ich eine 3 gewürfelt habe, aber es ist eine 6! Irgendetwas stimmt doch hier nicht. Na gut, sieht so aus, dass wir durch diesen dunklen Wald durch müssen. Na los! 6! Oh, das sieht mal unheimlich aus, oder Kinder? Das sieht aus wie ein Echsendorf! Na los, los geht's! Oh, ich hoffe, wir kommen dadurch, ohne irgendwelche Hexen zu sehen. Was ist das? Nichts. Oh nein, nicht schon wieder! Ah, Hexen! Ja! Wir sind an allen Hexen vorbei. Also gut, los geht's! Fliegen ist Schummel! Das war verrückt! Okay, ich bin dran. Was? Schaut, welche Nummer ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Das ist unmöglich! Aha! Das ist Maggie Zauberei! Maggie schummelt! Oh, das ist... Moment! Schaut! Dieser Zug fährt einfach direkt ins Ziel! Ich kann gewinnen, wenn ich nur eine 3 würfle! Hey, kommt! Wir tricksen Maggie aus! Oh, ich hoffe, ich habe keine 3! Eine 3 wäre eine Katastrophe für mich! Oh nein! Eine 3! Also los, los geht's! 1, 2, 3! Hey! Ich bin auf dem Zug zum Ziel! Choo-choo! Yeah! Hohoho! Ich habe gewonnen! Ich habe schon wieder gewonnen! Hihi! Au! Kratonier! Ja! Abra-Gadabra! Wow! Wow! Haha! Siehst du, Maggie? Schummeln funktioniert nicht! Sorry, Steve! Okay, Maggie. Spielen wir nochmal, aber diesmal ohne Schummeln und keine Maggie Zauberei! Hey, du bist wirklich ein frecher, frecher Vogel. Di, 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 di. Hi, gehen wir mit Steve auf Ostereier-Suche. Genau. Wow, ich habe das erste Ei gefunden. Yeah. Ein Schoko-Osterei für mich. Oh, aber es ist zu klein, um zu teilen. Also, abracadabra. Hi, hi. Oh, größer. Ja, größer. Hi, hi. Größer. Wow. Schau mal, ein riesiges Schoko-Ei. Ganz für mich alleine. Hi, hi, hi. Ich komme. Hallo. 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 Wer hat an meiner Tür geklingelt? Ho. Habt ihr an meiner Tür geklingelt? Frechdachse. Ha, 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 ha. Äh, nein? Wer dann? Ho, ho, wow. Schaut mal hier. Ho, ho, wow. Schaut euch das Osterei an. Das ist kein großes Osterei. Nein, das ist es nicht. Das ist es nicht. Das ist ein riesiges Osterei. Ho, ho, wow. Hu, hey, hey. Vielleicht ist es voller Schokolade. Schokolade. Mh, genau. Oh, ha, ha, ha. Oder eine Überraschung. Hey, hört mal. Könnt ihr das hören? Ho, ho, was ist das? Finden wir es heraus. Ähm, 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 ähm. Oh, hm. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Ho, ho, ho. Ho, ho. Naja, das hat nicht geklappt, oder? Aber wir müssen da reinkommen. Oh, ich liebe Überraschungseier. Es muss einen Weg geben, dieses Ei zu öffnen. Denk nach, denk nach. Ho, ho, ho. Wie macht man es auf? Oh, hey, schaut mal. Was ist das? Da steht, da drin ist bestimmt allerlei. In diesem schönen Osterei. Genau. Oh, schaut mal. Es geht auf. Es geht auf. He, he, yeah. Was ist das? Was ist das? Ho, ho. Das ist ein Motorrad. Ein Spielzeugmotorrad. Für mich? Haha, yeah. Los, wir fahren mit dem Motorrad. Okay. Auf die Plätze. Ho, ho. Fertig. Los. Ha, ha, ha. Ich fahre mit dem Motorrad. 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 Ich fahre mit dem Motorrad. Auf Osterei. Ja, ja, ja. Das ist spitze. Hey, schaut mal, Kinder. Wow. Wow. Oh, wow. Oh, wow. Au. Au. Oh, ho, 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 ho. Oh, je, Mine. Aber schaut mal, Mädels und Jungs. Wir haben das nächste Ei gefunden. Yeah. Ja. Oh, wow. Schaut euch mal dieses riesige Überraschungsei an. Oh, ho. Was ist da drin? Was ist da drin? Finden wir es heraus. Oh, hört mal. Haha, was ist das? Was ist das? Na los. Wir öffnen dieses Überraschungsei. Ähm. Geh auf. Äh, geh auf. Hm? Geh auf. Ho, wie geht dieses Ei auf? Mit einem Gedicht. Könnt ihr es sehen, Kinder? Ja? Wo? Oh, da. Aha, schaut mal. Da steht. Winter, Winter, geh doch nach Hause. Der Frühling kommt. Spaß ohne Pause. Ho, ho. Es geht auf. Es geht auf. Hey, yeah. Also, was ist das? Was ist da drin? Ho, ho, ho. Das ist ein Auto. Ein Spielzeugauto. Für mich. Ho, ho. Also, los, fahren wir mal mit dem Auto. Yeah. Bereit? Hi, hi. Also, los. Ha, ha, ha. Ich fahre mit dem Spielzeugauto. 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 Ich fahre mit dem Spielzeugauto. Auf Ostereierjagd. Ho, ho. Was für ein tolles Spielzeugauto. Oh, ho, ho. Oh, Mann. Ich bin mit dem nächsten Ei zusammengestoßen. Ho, hört mal. Ho, ho. Was ist das? Was ist das? Das finden wir heraus. Yeah. Na los. Ho, ho. Also, sagen wir mal Tschüss zum Auto. Es ist Zeit, ein weiteres Überraschungsei zu öffnen. Yeah. Okay. Helft mir, das Gedicht zu finden, Kinder. Ist es hier? Äh, nein. Äh, ist es da? Nein. Ho, wo ist es? Es muss hier irgendwo sein. Ganz bestimmt. Hä? Ho, ho, ho. Es ist hier. Du, du. Oh, ha, 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 ha. Und da steht, du bereit für den Frühling? Laufen und springen. Das ist sein Ding. Yeah. Ho, ho. Es geht auf. Es geht auf. Oh, ho. Ha, 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 wow. Was ist das? Was ist das, Jungs und Mädels? Ihr wisst das, oder? Das ist ein Hubschrauber. Ein Spielzeughubschrauber. Na los. Lasst uns ganz hoch fliegen. Ha, 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 wow. Das wird spitze. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ha, 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 wow. Ich fliege mit dem Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Ich fliege mit dem Hubschrauber auf der Ostereierjagd. Hey, Jungs und Mädels. Schaut mal. Ho. Oh, nein. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Oh, ha, 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 Entschuldigung. Aber hey, schaut mal. Ich habe das nächste Überraschungsei gefunden. Kommt, kommt, schaut mal. Ha, 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 ha. Tada. Na ja, es ist ein bisschen schmutzig. Ho, ho. Hört mal. Da ist etwas Großes drin. Also, wo ist das Gedicht? Es muss hier irgendwo sein. Aha, da ist es. Da steht Frühling, Frühling. Wir lieben ihn. Denn Sonnenschein ist Medizin. Ha, 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 ha. Es geht auf. Es geht auf. Oh, wow. Schaut mal, Kinder. Was ist das? Genau. Das ist ein Bus. Ein großer Spielzeugbus. Oh, ich wollte schon immer mal einen Bus fahren. Ha, yeah. Na los. Los geht's. Ha, 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 ha. Ich bin in einem Spielzeugbus. 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 Ich bin in einem Spielzeugbus auf Ostereierjagd. Oh, diese Ostereiersuche ist spitze. Oh, hey. Wir verpassten ein weiteres Ei. Oh, je. Stopp. Oh, oh. Oh, 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 man. Ha, ha, Entschuldigung. Sagen wir mal Tschüss zum Bus. Und gehen zurück, dieses Ei aufzumachen. Hey, yeah. Ja. Oh, oh, wow. Was ist in diesem Ei drin, liebe Kinder? Hört mal genau hin. Eins, zwei, drei. Oh, oh, was könnt ihr hören? Ha, ich kann nur Maggie hören. Maggie, wo bist du? Moment mal. Maggie. Oh. Maggie. Bist du da drin? Oh, nein. Maggie ist in diesem Schoko-Ei gefangen. Wo ist das Gedicht? Oh, da ist es. Da steht. Die Sonne scheint. Verlass das Haus. Ich liebe den Frühling. Das ruf ich aus. Toll, es geht auf. Oh, Maggie. Oh, oh. Maggie? Hi. Hey. Du hast das ganze Schoko-Ei gegessen und hast mir nichts übrig gelassen. Oh, du frecher, frecher Vogel. Entschuldigung, Steve. Es ist Zeit für Maggie-Zauberei. Abracadabra. Oh, hey. Maggie, was machst du da? Schokolade, Schokolade. Wir lieben Schokolade. So viel Schokolade. Hey, hey. Du schwindelst doch, Maggie. Du bist ein echt frecher, frecher Vogel. Aber ich liebe Schokolade. Ja, die ist glänzer. Oh, ja. Das war das beste Ostern aller Zeiten. Oh, ha, ha, ha. Los, Maggie. Schnell, schnell, schnell. Ha, ha, ha. Gib mal Gummim. Wow. Ha, ha. Ha, ha. Das ist besser. Was ist das, Steve? Was ist das? Na ja, ein schneller Dinosaurier. Hey, hey. Das ist ein schneller Dinosaurier. Das ist ein schneller Dinosaurier. T-Rex. Ha, ha, ha. Welcher? Hey, Jungs und Mädels. Wisst ihr, was das für ein Dino ist? Ja. Ein T-Rex. Das ist ein T-Rex. Das ist ein T-Rex. Was will er? Ha, ha. Was will er? Mittagessen. Aha. Mittagessen. Genau. Hier. Bam. Ho, ho. Fahr weiter, Maggie. Fahr weiter. Ha, ha, ha. Hey. Wir sind entkommen. Hey an alle. Schreibt, wenn ihr einen weiteren Dinosaurier seht. Haha, ja. Also wo sind die Dinosaurier? Könnt ihr welche sehen? Ja? Äh, wo? Oh, oh. Was war das? Habt ihr das gesehen? Ja? Wow. Haha, da ist es wieder. Was ist das? Wow, schaut nur. Fliegende Dinosaurier. Ho, ho. Alle zusammen. Na los. Das sind fliegende Dinosaurier. Das sind fliegende Dinosaurier. Das sind fliegende Dinosaurier. Ho, ho. Wow. Aber hey. Wisst ihr, wie man die nennt? Höre ich. Pterodactylus? Pterodactylus? Dann stimmt das. Genau. Ho, ho. Wow. Alle zusammen, Kinder. Ein Pterodactylus. Ein Pterodactylus. Das ist ein Pterodactylus. Genau. Ho. Hey, yeah. Was will er? Ho, ho. Was er will, Maggie? Er will bei uns mitfahren. Yeah. Ho, Maggie. Pass auf. Oh, oh. Stopp. Oh, oh, oh. Oh, oh, Maggie. Du frecher, frecher Vogel. Wir können nicht weiter. Also müssen wir rückwärts fahren. Na los, Maggie. Komm. Hey, ho, Maggie. Stopp. 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 Wow. Schaut euch mal diesen Dinosaurier an. Oh. Der ist ja so verspielt. Yeah. Ein verspielter Dinosaurier. Ein verspielter Dinosaurier. Das ist ein Verspieler. Das ist ein verspielter Dinosaurier. Aber hey, was ist das für ein Dinosaurier? Das ist ein Triceratops. Alle zusammen. Oh. Da ist er. Das ist ein Triceratops. Das ist ein Triceratops. Das ist ein Triceratops. Ho, ho, ho. Hey. Was will er? Was er will, Maggie? Er will spielen. Du bist zu groß. Geh weg. Schuh. 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 Aha. Schuh. Wow. Oh, Entschuldigung. Oh, super. Yeah. Es klappt. Wow. Mama und Papa Driceratops sind da. Du kannst mit ihnen spielen. Genau. Okay, Maggie. Ich glaube, wir gehen lieber. Na los. Yay. Wow. Los, zurück auf unsere Dino-Tour. Ja. Ganz laut, wenn ihr einen Dinosaurier seht. Oh, Maggie. Fahr den Hügel darauf. Wir haben dort eine super Aussicht. Genau. Hey. Okay, Maggie. Stopp. Also gut, Kinder. Könnt ihr irgendwelche Dinosaurier sehen? Ja. Wo? Oh, da. Nein. Da. Nein. Da. Genau. Wow. Schaut mal. Ein großer Dinosaurier. Ja. Ein sehr großer Dinosaurier. Nein. Das ist ein riesiger Dinosaurier. Wow. Aber hey, Jungs und Mädels. Wie nennt man diesen Dinosaurier? Den nennt man Prontosaurus. Wow. Alle zusammen. Was ist das? Das ist ein Prontosaurus. Lauter. Das ist ein Prontosaurus. Lauter. Das ist ein Prontosaurus. Hihihi. Aber wie kommen wir hier wieder runter? Keine Ahnung. Oh, das ist unsere Chance, Maggie. Los, los, los. Hey. Hey. Wir fahren nicht runter. Wir fahren rauf. Oh. Oh je. Was will er, Steve? Was, Maggie? Was er will? Ich glaube, er will sich den Rücken kratzen. Oh, Mann. Das ist doch verrückt. Oh, jetzt können wir los, Maggie. Los, wir müssen hier raus. Ja. Ha ha ha, wow. Das war verrückt. Oh. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Schaut euch mal meinen großen Turm an. Wow. Vorsicht. Oh nein. Ha ha. Maggie. Oh, du frecher, frecher Vogel. Oh je. Schau mal, was du getan hast. Entschuldigung. Oh, und ich habe keine Zeit, ihn nochmal zu bauen. Es ist Schlafenszeit. Kein Problem. Abracadabra. Wow. Ja. Oh, Maggie. Hey, liebe Kinder. Maggie hat vergessen, irgendetwas zu tun, oder? Ja, ihr wisst, was sie vergessen hat, oder? Also los, sagen wir es ihr. Ah. Oh, Maggie. Was hast du vergessen zu tun? Nichts. Oh nein. Sie hat vergessen, aufzuräumen. Oder? Na los, alle zusammen. Maggie, räum auf. Na los, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf, räum dein Spielzeug weg. Na los, wir räumen auf, räumen auf, räumen auf, am Ende von jedem Tag. Räume auf, räume auf, mach es gleich, gleich, gleich. Räume auf, räume auf, alles auf einen Streich. Räume auf, räume auf, räume auf, das ist doch wirklich leicht. Also, gute Nacht. Oh, oh, Maggie, hey. Noch nicht? Maggie hat eine der wichtigsten Dinge vergessen, bevor es zu Bett geht. Also los, sagen wir es ihr. Oh, haha, dieser freche, freche Vogel, sie vergisst immer wieder, ihre Zähne zu putzen. Oh, haha, ich glaube, ich muss meine Zähne auch putzen. Es ist jetzt die Zeit, die Zähne zu putzen. Hihi, das wird ein Spaß. Ah, haha, also Maggie, was hast du vergessen zu tun? Oh, nein, 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 nein. Maggie weiß es nicht. Geben wir ihr einen Tipp. Genau, putz deine Zähne. Oh, dieser freche, freche Vogel. Oh, nein, wir haben keine Zahnpasta mehr. Abra, kadabra. Wow, Maggie, du spinnst wohl. Was für eine mega, mega Zahnpasta-Tupe. Genau. Na los, Steve. Schaut mal, du schaffst es. Oh, du warst, Steve. Es will nicht raus. Steve, ich kann das, ich kann das. Okay, Maggie, viel Glück. Also gut, mache aber keine Sauerei oder etwas Verrücktes, wie mich damit vollzuspritzen. Okay, Maggie. Drücke, drücke fester. Kannst du nicht fester drücken? Oh, Maggie, du frecher Vogel. Oh, was für eine Sauerei. Schaut mich mal an. Abra, kadabra. Oh, danke, Maggie. Das ist besser. Also, Mädels und Jungs, wir machen weiter und putzen unsere Zähne richtig schön. Na los, putzt, putzt eure Zähne, putzt sie so wie ich. Na los, putzt, putzt eure Zähne, macht sie ganz sauber. Putzt sie einmal morgens und einmal abends. Putzt sie zweimal am Tag, dann ist es richtig. Oh, putzt, putzt deine Zähne, macht sie schön und sauber. Hey, yeah. Gute Nacht. Wow. Au, Maggie. Hey, wir sind noch nicht fertig im Badezimmer, oder? Also, sagen wir Maggie, was noch zu tun ist. Oh, also, Maggie, du musst noch dein Gesicht waschen. Du musst dein Gesicht waschen, Steve. Haha, ja. Jeder muss sich sein Gesicht waschen. Okay. Okay. Wow. Oh, je. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich mein Gesicht waschen, oder? Oh, Mann. Oh, Mann. Ich habe überall Schlamm im Gesicht. Haha. Oh. Hey. 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 Maggie, Maggie, hör auf. Hör auf. Oh, Maggie. Puh. Ich habe nur gesagt, dass du dir dein Gesicht waschen musst. Oh, je. Los, alle zusammen. Na los, wasch, wasch dein Gesicht. Wasch dein Gesicht, oh yeah. Na los, wasch, wasch dein Gesicht und spritz nicht alles nass. Na los, wasch dein Gesicht. Ich sag, wasch dein Gesicht. Ist dein Gesicht dann sauber? Das ist wie ein Zauber. Wasch, wasch, wasch dein Gesicht, wasch dein Gesicht, oh yeah. Super. Gute Nacht. Wow. Hihi. Hey, Maggie. Warte doch einmal. Oh. Also, Maggie hat wohl noch etwas vergessen zu tun, bevor es ins Bett geht, oder, Jungs und Mädels? Also los, sagen wir ihr, was noch zu tun ist. Haha. Oh, Maggie. Du hast vergessen. Ich weiß. Zieh deinen Schlafanzug an. Los geht's. Haha. Haha. Schlafanzug, Schlafanzug. Genau. Fertig. Hihi. Oh, wow, Maggie. Das war schnell. Ja. Und ich kann dir helfen. Aber ich hab mal. Maggie. Wer? Was? Hä? Was? Oh. Haha. Schaut. Eine Schlafanzughose auf meinem Kopf. Sehr witzig. Hihi. Abracadabra. Haha. Oh, was kommt jetzt, Maggie? Ein Schlafanzugkleid? Oh, Maggie. Entschuldigung. Was damit? Abracadabra. Oh, yeah. Ich meine nein. Oh, Maggie. Ich trage immer noch meine Jeans und mein T-Shirt. Oh, keinen Blödsinn mehr. Abracadabra. Oh, genau. Okay, keine Maggie-Zauberei mehr. Es ist jetzt Zeit für meinen Schlafanzug. Genau. Zeit für meinen Schlafanzug. Schluss jetzt mit dem Unfug. Genau, es ist Zeit für meinen Schlafanzug. Schluss jetzt mit dem Unfug. Jetzt geht's ab ins Bett. Das ist, was ich sage. Wir sind jetzt müde und das ist keine Frage. Gute Nacht. Schlaft gut. Morgen ist auch noch ein Tag. Oh, hey, hey. Hey, Steve. 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 Oh. Du hast noch etwas vergessen. Was? Wirklich? Genau. Gute Nacht zu sagen. Oh, genau, Maggie. Du hast recht. Gute Nacht. Also, liebe Kinder. Seid ihr bereit? Bereit. Bereit fürs Bett? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, Maggie. Das ist echt. Ein frecher, frecher Vogel. Gute Nacht. He, 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 he. 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 Vielen Dank.